Wie viele Pässe hat ein Mittelfeldspieler gespielt? Wie hoch ist die Zweikampfquote eines Abwehrspielers? Wie viele Schüsse gibt ein Stürmer außerhalb des Strafraums ab? Die Antworten geben die offiziellen Spieldaten. Diese lässt die DFL seit 2011 in voller Datentiefe auf Basis des offiziellen Definitionskataloges für die Bundesliga und Zweite Bundesliga erheben. Seit 2017 ist das DFL-Tochterunternehmen Sportex Solutions dafür zuständig, jeden Pass, jeden Zweikampf, jeden Schuss zu erfassen. Zudem betreibt die Sportex Solutions im Auftrag der DFL die offizielle historische Datenbank seit Beginn der Bundesliga im Jahr 1963. Diese beinhaltet aus den früheren Spielzeiten etwa Aufstellungen, Tore, Verwarnungen, den jeweiligen Schiedsrichter und die Zuschauerzahlen. Aber zurück zu den Ereignisdaten. Ereignisse sind Zweikämpfe, Fouls, Flanken oder eben auch Tore. Findet ein Pass eines Spielers seinen Teamkollegen, wird dieses Zuspiel zum Beispiel auch als Ereignis gewertet. So ermittelt die DFL mehr als 1600 sogenannte Events pro Spiel. Von diesem profitieren Clubs, Medien und Fans. Doch wie werden diese Daten ermittelt? Vier DFL-Mitarbeiter pro Begegnung kümmern sich darum, dass die Ereignisdaten korrekt in das System der Sportex Solutions eingespeist werden. Das ist vor allem bei unübersichtlichen Situationen wichtig, die manuell eingeordnet werden müssen. Ein DFL-Mitarbeiter, der sogenannte Speaker, spricht das Live-Spiel direkt aus dem Stadion anhand einer Coach-Sprache so ein, dass der mit dem Speaker unmittelbar verbundene und sogenannte Writer in der Erhebungszentrale die Ereignisse in Echtzeit in das System der Sportex Solutions eintragen kann. Um Aktionen nochmals genau zu checken und um zusätzliche Attribute zu erheben, gleichen zwei Operatoren in Echtzeit die eingetragenen Ereignisse mit diversen Bewegtbildsignalen ab. Die Sportex Solutions verleiht so jedem Ereignis ein geprüftes Gütesiegel. Die geprüften Ereignisdaten gehen an Clubs und Medienpartner, die wiederum die Fans mit Statistiken und Informationen versorgen. Die in einer Fernsehübertragung erwähnten Zweikampfwerte, Passgenauigkeiten oder Ballaktionen stammen von der Sportex Solutions. Clubs können mit der Analyse der Ereignisdaten hingegen mögliche Fehlerquellen erkennen. Spielt einer der zentralen Mittelfeldspieler in den vergangenen Wochen außergewöhnlich viele Fehlpässe? Sollte der Stürmer nicht besser nur innerhalb des Strafraums schießen? Die Ereignisdaten helfen, wichtige Entscheidungen für die Ausrichtung der eigenen Mannschaft zu treffen und die Stärken und Schwächen der kommenden Gegner einzuordnen. Somit liefert die DFL die Grundlage, um die eigene Mannschaft, den Gegner und das Spiel noch besser zu verstehen. Davon profitieren alle Clubs und damit auch der deutsche Profifußball.